Guten Tag und Herzlich Willkommen hier zurück bei... Was hast du denn auch wieder verkackt, Alter? Doch, mach ich mal einfach. Guten Tag und Herzlich Willkommen hier zurück beim King-Gebattle. Ich bin euer Benni. Und ich bin euer Fabluxer von Raidplay-Community, dem Kanal für Walfish-Große-Unterhaltung. Freshe Begrüßung heute. Hat er bringt. Ja lass einfach auf den Server schon mal gehen. Alles klar. Let's go, let's play some game. Ach wir sind grad beim Strippenheim, wie ihm grad auffällt. Ja wir wollten in eine andere Richtung gehen, weil es wird langsam echt knapp mit den... Junge, wo guck ich denn hin? Du kannst nicht laufen, weil du nur noch 10 Sekunden nichts machen kannst. Ich hab halt zur Decke geguckt, die sind Walfish. Hahaha. So, ähm... Ihr seht... Nein, was machen sie denn da? Ich kann ja alles sehen. Ähm, ich nicht. Boah, mein Inventar ist vollgemült. Wo geben wir es denn hin? Ja. Wir wollen... Ja, das in die Richtung, Strippenheim. Bist du sicher? Äh, ja dann gehen wir... Äh, immerhin... Oh nein, Kriegpuff! Fabi! Ohhhh... Das war mal... Ich hab meinen Game Sound gar nicht an, oh mein Gott. Alter, ich mach mal doch Licht. Ich muss kurz auch mal ein bisschen hoch stellen. Weil bei den letzten Folgen war gar nichts. Das war gut so, oder? Weil sonst hätten wir... Junge, ja. Das war die schöne Höhle. Ja, ich hoffe jetzt ist auch deine... Audiospur nicht mehr so... Geschwollen. Ach, scheiße, mein Spitzel. Warum haben meine denn geschwollen? Ähm... Ja, ich mein so verzerrt wollte ich halt. Jaja. Also... Hast du vielleicht Erde? Ah, das ist Erde. Dann können wir das Zuckerworn anbauen. Hier unten schon. Ich weiß schon, dass wir ein bisschen weg müssen, weil das... Wir waren in der dritten Folge hier und die kommen schon morgen. Ja, meinst du, wir sollen weiter gehen, oder was? Ja, zumindest jetzt strippen wir mal ein bisschen in die Richtung. Ach. Ah, okay. Obwohl, kannst du's da hinsetzen. Ich hoffe jetzt wird erstmal keiner kommen. Ja, das denk ich auch. Ja, Leute, ich hab keine Gamma hochgestellt, die anderen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ey, das ist einfach so rot. Ich hoffe... Auf welche... Warte mal, bei mir ist sowieso die Facecam drüber. Warte mal, wo ist das denn nicht? 14 sind. Okay, so okay. Ich hab einfach nur meine Heulspitzacke vom Anfang. Zack, 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 zack. Alles weggehauen hier. Hast du Fakkeln dabei? Jaja, hab ich aber nicht mehr viele. Warum? Ja, dann kann man das eben beleuchten hier. Du siehst sowieso doch alles, oder? Ja, ich seh alles, aber ich glaub das Zuckerbüro... Achso, ich bin viel zu weit weg. Ich bin schon weiter gegraben. Eigentlich baue ich viel zu nah an dem Abgrund. Vielleicht falle ich einfach nie da, aber wie Dominik letztes Jahr. Obwohl, ich hab erst schon raus. Kohler ist auch schon gestorben, das kann man nicht schon sagen. Ja, das ist definitiv raus. Okay, das Eisen hab ich schon trotzdem mit. Boah, es wär so toll, wenn wir so ne Stolle finden, ne? Dann hätten wir schon so viel... Ja, so viel fehlen, das wär... Davon hätten wir uns echt ohne Bücher einfach so n Ding zu machen. Hier ist Erde. Ja, ich hab schon Erde. Hab ich denn Kohle? Ja, hab ich noch. Hab ich Sticks. Mein letztes Holz verbraucht. Ich hab auch noch die ganzen wertvollen Sachen bei mir. Ich hoffe, dass auch das Plugins uns rechtzeitig wieder raus wird. Ich hab die Erde gar nicht eingesammelt, da bin ich unkompetent. Also, du verschwendest grad Zeit, ne? Für jede Sekunde, wo du kein Spore anbaust. Hä? Sie ist einfach weg. Wo ist sie? Ah, das KD ist bestimmt weg. Ich glaub, ich mach einfach schon mal einen Ofen hin, dann kann ich das schon... Ah, ich hab keinen Ofen. Hier Erde. Ich wollt mich halt nutzen. Hier ist Gold, das ist gut. Vielleicht kriegen wir auch mal Goldäpfel, das wär richtig gut. Mach halt nur Scheiße, Leute, ey. Hä? Was war das für ein komischer Gold vollkommen? So, weiter geht's mit dem Gang der Vergänglichkeit und der Liebe. Der Liebe. Der Liebe. Wahnsinn. Der Liebe. Ja, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch Team bitte jetzt gefällt. Ist ja schon die vierte... Ne, doch vierte Folge ist jetzt dabei. Doch vierte. Und schreibt mal in die Kommentare bei mir zumindest, ob ihr schon beim ersten dabei wart. Ob jetzt bei mir oder bei den anderen, ist jetzt nicht wichtig. Fabi? Ich hab... Ich hab... Bin ich absolut behindert? Was haben sie? Ich hab hier jetzt einen Spawner. Bin ich behindert? Ich hab hier jetzt einen Spawner. Ich hab hier einen Spawner. Bitte einen Spawner. Das ist doch kein normaler Stein. Aber das ist... Was ist das? Bin ich... Ist das echt ein anderer Stein? Ja, vielleicht ist das auch dieser... Das ist vielleicht dieses anderer Dings da, wo man es... Wie gut denn? Ja, ist ein anderer Siete. Ich kenn mich damit nicht so gut aus. Ich mag den Stein nicht. Ich dachte mir schon so, Koppel sieht doch nie im Leben so aus, weißt du so. Da wurde ich von einem Spiel getrollt. Ich wollte gerade irgendwie Angst zu sterben, weil die sind alle so gestorben. Ehrlich, wie viele Folgen hast du gesehen? Nee, nee, auf jeden Fall nicht so. Gar nicht so gut. Damals ist... Ich glaub Stegi ist damals so gestorben. Dann letztes Jahr Dominik. Dann dieses Jahr Kulla. So... Bisschen longweilig, bisschen gegraben. Leider finden wir gerade nicht so viel. Und Fabius wahrscheinlich hat immer noch kein Zuckerrohr angebaut. Oh. Hast du Zuckerrohr? Ich hab ihn gar nichts mehr angebaut. Ja, das müsste alles sein. Ich hab das 5 Stück gesammelt. Ich hatte 26. Schreibt mir ja. Oder brauchst du an. Einen Fackel musst du da hinmachen, damit du nicht richtig warst. Wo ist das denn? Weiße wegwerfen. Wo hast du das denn gemacht? Da links in der Ecke irgendwo. Beim Lama? In den Stripe meinen Gang. In den Stripe meinen Gang. So. Ich bau den mal mit Andrasi zu. Ah, der wird vielleicht nicht wegwerfen, gar nicht. Quatsch. Warum werfen sie den Reveldick? Wachen. Ah, das kann ich nicht sehen. Ich glaube, ich baue den Gang gleich mal weiter, ne? Ja. Wir müssen das nur mit dem Wasser gleich weitermachen, weil ich hab kein Wasser. Ich hab keinen Eimer. Ja. Vielleicht find ich auch, je Diamanten ist ja nicht so schlecht. Ja, das sind halt überall Diamanten-Dinge. Ja. Nur wenn mal wieder mal Zeit. Sag mal ruhig, finden sie mal was. Was? Eigentlich haben wir so viel Eisen. Ihr könnt mal mit einer Eisenspitze kippen, oder? Nein. Sagst du nicht? Nee. Boah toll, jetzt ruf mich meine Mutter. Immute das einfach an der Folge. Sagt ihr kurz, dass ich das nicht kann. Geh, geh. Ich kann nicht. Was? Die hat lecker gekocht, die ist dabei. Reden sie mal. Hallo. Okay, warte. Ja, nur einer meiner Kopfhörer funktioniert. So. GG. So macht man das heutzutage. Ich glaube, das wird in diesen 24 Stunden Stream so oft passieren, ne? Leider ist das... Ich hab Dias. Ich hab Dias gefunden. Ja? Als ob. Ja. Nice. Nice. Geile Sache. 3. Hab ich jetzt 3. Ja egal. Ich plaudere doch da runter erstmal ab. Auf jeden Fall gut. Ich hab auch noch 3 Dias. In meiner Leiste. Oh, ist es mehr. Jawoll alter. Perfekt. Aber. Oder? 1, 2, 3, 4. Pass auf jetzt, dass es nicht wo reinfällt. 4 Dias. Kann man nicht mehr können. Drei hast du noch? Ja. Ja. Ich würd sagen, du machst dann... Anlass erstmal nur nichts daraus machen. Ja. Ja, ich würd sagen, eine... Bierbrust, die wir dann später mit... Büchern verzaubern können. Mhm. Das wär echt nicht schlecht. Das wär echt nicht schlecht. Aber jetzt dann würd ich noch mitnehmen. Vielleicht kann ich währenddessen eigentlich mal... Du musst gleich mal zurückkommen. Verzaubern. 1, 2, 3, 4. Ah, damit kann man das nicht abdauen. Noch einen Gang mach ich. Du musst mal gleich zurückkommen. Ok. Damit du das Wasser mal setzt. Hab doch... Achso, du hast keinen Eimer dabei oder was? Das Wasser war ziemlich gefährlich. Ne, ne. Sei mal ruhig. Ich... Ich werd nicht sterben. Erste Zugabe... Oder bin ich inkompetent? Du bist inkompetent. Ja, du bist inkompetent. Ja, du bist inkompetent. Hast du Holz? Ja. Hast du Holz? Ähm... Ja, ein bisschen. Ich brauch nur Hörgwünsche und zwei Sticks. Hier hab ich. Hab ich. Wir sollten uns eher aufsparen. Was denn? Ich kann gleich mal Holz fahren gehen. Ja, ich kann mir keine Spitzhacke mehr machen. Warum springst du bis nach hinten? Teddy ist auch noch unendlich. Weiße Quelle. Danke, Moni. Die ist vor nächstes auch eine. Ja, da brauchst du ja nichts mehr, ne? Da hinten noch eine. Was? Da ist noch eine. Hier auch noch. Ja, aber da muss kein Wasser sein. Unbedingt. Achso. Bobby, brauche ich mit der eisen Spitzhacke machen. Ja, die gibt ja keine Sticks. Und keine Workbench. Weiß ich. Was brauchst du denn für eine Spitzhacke? Ich wollte nur Steinspitzhacke machen. Ah, hab die eine geworbt. Wie klasse denn noch? Bitte? Ich hab noch ein einziges Holz. Und ich mach jetzt erstmal... Ähm, wie viel Eisen braucht man für ein Amboss? Ich glaub, du brauchst ein paar Blöcke, Alter. Noch ein. Oh, wir haben noch so viel Eisen. Das ist nicht mehr normal. Ach, ich bin so Idiot, ne? Ich hab dir Dings nicht gesetzt. Nee. Wie zu der Oberteile. Ich glaub, das reicht schon. Wie kann man denn denn? Jo, ab einem. Ich weiß nicht, wie viel Level hast du dabei? Level? Ich hab 6. Wir wollen Glücksspitzhacke weg, aber wenn wir noch Dias finden. Aber das ist so viel geträumt. Bitte. Gebern sie mir noch ein paar Dias. Das Spiel. Seien sie gnädig. Ja Leute, ich hab mittlerweile auch meinen zweiten Bildschirm, den ich für den Stream angeschafft habe. Also zumindest das Kabel. Und... Ja, der Stream ist jetzt schon Vergangenheit. Das heißt, ich glaub, wenn ihr das in die Folge jetzt guckt, dann ist das gestern gewesen. Wenn ich mich richtig... Wenn ich richtig rechne. Nee, wartet mal. Wenn ihr diese Folge seht, kann es sein, dass ich gerade noch... Ich glaub schon. Ich glaub schon. Flitzer Flitzer. Flitzer Flitzer. Oder? Ja, könnte passen. So, das heißt, die muss ich auch noch schneiden, ey. Ich hab noch morgen Zeit. Shardness. Können die vielleicht zusammen. Shardness. Herzöl. Können die vielleicht zusammen. Können die vielleicht zusammen. Stream. Schneiden. Ich stimm noch mal ein bisschen Eisen hier rein. Sonst läuft eigentlich ziemlich gut. Ich guck mal kurz, ich glaub das Ganze geht hier noch so ungefähr... Keine Ahnung. Ich glaub so lange haben wir auch nicht mehr. 3 Minuten. 5 Level für ein Shard 3. Das ist echt gut. Na ja, ist normal. Damals hab ich fast 3 Level gebraucht, um auf Shard 5 zu kommen. Aber das wär doch schon mal was. Ja. Ich hab auch Bock auf einen Kampf, ganz ehrlich. Ah, das wär halt schon geil aber. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, es gibt einige, die sind nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die besser geworden sind. Ich hab jetzt nicht bei den meisten... Ich hab nur die erste Folge geguckt. Ich glaub Faber hat nicht so viel geguckt. Nein, noch nicht. Vielleicht schau ich mal rein. Das wärs. Bei meinem letzten Wahre-Projekt hab ich halt auch ziemlich viel geschaut. Aber im Moment ist halt sehr viel mit. Faber, du wirst ja mal, bevor ich Angst habe, dass wir nicht mehr hier rauskommen. Warum das denn? Wenn wir keinen Spitzhacken mehr haben. Ich hab noch einen Dia-Spitzhacken, bin ich. Ja, ich muss jetzt einfach mal mit der Gegens weiterbauen. Aber ich verzauber auch mal ein bisschen. Womit kannst du weiterbauen? Wirst du weiterbauen? Ich hab noch ein bisschen Eisen. Du hast ja eine Arsch von Holz. Bist du jetzt wieder bei der Warcrunch, oder was? Ich bin jetzt ja schon da. Ja, ohne Holz ist es. Ich hab noch ein bisschen Holz. Aber nicht mal viel. Ja, dann... Ich guck grad kurz. Was ich glaub ich mach... Ich hab... Du hast glaub ich schon locker voll viel Holz für deine Schwerter ausverwendet. Du Schlingel. Ah, nicht viel. Es waren nur ein paar Sticks. Und mir kannst du keine geben. Ich hab nicht Sticks wieder. Dann gib mir doch mal Sticks. Ich glaub ich mach mir dann einfach Eisenspitzhacken, weil sonst... Ich glaub die halten länger, ne? Mit den kann man mehr abhauen. Ja, sonst muss ich mal kurz nach oben rennen und... Nehmt eh keine auf. Ich geh mal kurz nach oben. Ja, klar. So, ein paar mal holen. Wer hat? Wer hat? Wer hat? Der hat. Ich hab jetzt einfach mal einen Eisenspitzhacken gemacht die ganze Zeit. Barbie sagen, mach keine. Seit wann ist ein Dach über... Achso, das ist eine andere Schlucht, ne? Achso, das wolltest du machen. Ja, kannst dich trotzdem hochbauen eigentlich. Oh. Komm, warte lieber. Pass. Ja, ja, klar. Ich geh wieder rein. Boah, das ging aber wohl wie die Katze. Wenn jetzt, wenn jetzt hier Lava rauskommt, kannst du dich mal wegrennen nächste Folge. Ja, es fragt mich schon mal ein bisschen weiter hoch. Oh, das ging aber schwierig. Aber hier ist eine Höhle, wo ich am Ende gekommen bin. Ist gar nicht so schlecht. Ist sehr gut. Vor allem auf der Höhe. Nein, Lava. Aber er könnte Japan von sein, deswegen war schnellst du überhaupt nicht. Ja, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es gefällt euch und... Ciao. Ciao, ciao.